Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, ihr geht jetzt besser ins Bett, denn wir sprechen über die Liebe oder Amore, wie sie in Oslo sagen. Hier kommt eine Frau, die uns beigebracht hat, dass in einer guten Beziehung niemand die Hosen anhat. Liebes Publikum, nicht das, was Sie denken. Ich rede von Sex. Unser heutiger Gast hat vielen Paaren dabei geholfen, aus der 96 wieder eine 69 zu machen. Sie weiß mehr über drei Jahre, als der gesamte BMW-Fanclub an Röchter West. Und auch ich würde Sie befragen, wenn ich nicht schon alles wüsste. Liebes Publikum, in der heutigen Ponyhof-Schau ist Sie zu Gast, die wunderbare, bezaubernde und einzigartige Paula Lange. Ich bin noch nie so nett angekündigt worden. Ernsthaft? Ja. Paula, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Du bist ja, also das wissen natürlich sehr viele Leute von dir, dass du das machst, dass du mit Leuten über Sex redest. Und das hast du so oft schon gemacht und ich habe es so oft schon gesehen, dass ich mich mit dir furchtbar gerne über alles andere unterhalten würde. Was du sonst so machst, oder? Was machst du sonst so? Ach, mein Buch ist auf dem Markt. Das heißt, finde dich gut, sonst findet dich keiner. Schöner Titel. Und da geht es um Selbstliebe. Wichtig. Ist das so ein Buch, was ich mir kaufe und der Mann liest es heimlich auf dem Klo, weil er sich nicht traut, es zuzugeben? So funktioniert es ja immer. Das sind meine Lieblingsbücher. Fantastisch. Nein, ich habe gedacht, wenn so viele Leute mir auf Facebook schreiben und die alle dieselben Probleme haben, nämlich, wie mache ich mich noch passender für irgendjemand anderen, dann ist es Zeit zu sagen, nein, das ist der falsche Weg. Die Leute versuchen ja immer, ich verallgemeine hier, ja, aber viele versuchen, ich muss abnehmen, ich muss kürzere Haare haben, ich muss längere Haare haben, ich muss noch einen Studienabschluss hinlegen. Dann werde ich sicher jemanden finden, der mich lieb hat, obwohl sie es selber nicht mehr schaffen, sich in die Augen zu gucken im Spiegel und zu sagen, Mensch, genau so wie du bist, bist du eigentlich ganz schön gut. Guck, was du alles erreicht hast. Und ich habe so viele Jahre darunter gelitten, dass ich dachte, jetzt kotze ich mich mal so richtig aus, also es hat sehr viele autobiografische Züge und ich hoffe, das hilft. Du bist ja unter anderem auch so quasi Experte für so Zwischenländliches, Menschen miteinander, Männer und Frauen miteinander, Männer und Männer miteinander, beruflich, privat. All das soziale Quatschgedönse, was wir mit uns rubschleppen, schmeißen wir gerne jemandem wie dir vor die Füße und du sollst uns erklären, wie es läuft. Ich frage mich jetzt, ob es dir auf Partys so geht, wie so über 30 Partys, wo dann so beispielsweise einer sagt, mein Kumpel, der ist Dermatologe und dann rennen so ab zwölf, wenn alle so leicht einen Tee haben, alle sagen, Edgar, super geil, ich habe hier diesen Ausschlag, vielleicht kannst du mal drauf gucken. Ist das bei dir dann auch so, dass Leute da drüber kommen und sagen, Paula, ich meine, wir kennen uns jetzt auch eine Viertelstunde, ich habe ein ganz großes Problem mit meinem Mann, wir kommen da überhaupt gar nicht klar. Musst du dir auf Partys dann auch so eine Gespräche geben? Ja. Cool. Das passiert echt kranksläufig? Aber es passiert ja nicht nur auf Partys, sondern auch, ich bin neulich ins Taxi gestiegen, weil ich in eine Bar wollte und da war ein iranischer Taxifahrer, passiert nicht so oft, also weil die deutschen Männer sind da deutlich schwarzhafter meist und dann sagte er, pass auf, folgendes Problem und erzählte mir halt die ganze Eheproblematik, ließ mich dann aber auch nicht raus, als wir in der Bar angesprochen waren und hat noch den vollen Preis verlangt. Ich wollte gerade sagen, hat er die Uhr laufen lassen? Ja, klar. Schweinerei. Das Grundproblem war Heimweh und gegen Heimweh kannst du leider nichts machen. Nicht so wirklich. Das nervt mich auch so in dieser Flüchtlingsdiskussion, die Leute glauben immer, die Menschen sind glücklich hier, das kriegst du ja nicht raus, da wo du aufgewachsen bist. Ich habe es mal versucht, ich war ein Jahr in Amerika und hatte Heimweh, Weihnachten zum Beispiel. Und wollen wir was spielen gegen Heimweh? Ja. Gut. Wir versuchen ja heute eine Jugendfreisendung zu machen, also haben wir gedacht, wir spielen mit dir Kindergeburtstag. Wir spielen drei Spiele aus einem Kindergeburtstag. Ja? Ich warf Linde Kuh. Oh Gott, der Blick. Oh nein, oh nein. Gar nicht so wild. Wir müssten dazu aufstehen. Ihr wisst ja, dass ich nicht räumlich singen kann. Ich bin auf einem Auge blind und darum ist Dinge treffend für mich monströs schwierig. Cool. Genau deswegen haben wir das Spiel ausprobiert. Vorteil für mich. Oh Gott, echt? Ja. Ja, gut. Das ist halt dann einfach. Das haben wir auf dem Kindergeburtstag aber nicht gespielt. Ich bin halt schlecht mit Bellen. Du siehst, wir haben keine Kosten und Mühe geschollt. Es gibt hier Strümpfe. Wir frügeln jetzt gegenseitig so lange. Oh, schade. Also so, dass du im Optimalfall was treffen würdest, wenn du könntest. Das ist ganz gut, wenn er nicht ganz auf dem Boden ist. Habt ihr die Orange gefärbt? Nein, die ist so. Hier im Studio. Was ist das denn hier? Wieso ist denn mein so? Aber sag mal, das spielt nur auf Kindergeburtstag. Ich möchte auch mal den Kindergeburtstag gerne sehen. Schimmelorangen. Auf die Plätze. Warte, warte. Stopp, stopp, stopp. Das ist nicht so unfair. Aber darf ich das Ding anfassen oder nicht? Nee. Entschuldige, wenn du das sagst, klingt das ganz komisch. Auf die Plätze, fertig, los. Entschuldigung. Juhu. Guck mal, der Tastunterricht. Erst Entschuldigung, dann Juhu. Ist gut. Du hast doch gelogen mit dem Räumlichding. Es klappt. Nein, jetzt geht es rückwärts. Warte. Ey, Annie. Warte mal. Hast du mich gerade angepöbelt? Oh, warte, ich bin gut. Nein. Achtung, noch nicht mehr. Oh, Pfosten. Ja, schade. Pfosten. Warte, wuh. Oh, nein, shit. Jetzt komme ich von hinten. Frau Lammert zäumt das Pferd von hinten am Ohr. Oh, Mann, ey, das gibt's ja wohl nicht. Die Frage ist, ob man, wenn man das Spiel gewinnt, wirklich ein Sieger ist. Mann, ich treff nicht. Jawohl. So, das nächste Spiel. Du würdest ungefähr hier sitzen, liebe Paula. Jetzt erzählen wir uns alle von unserem ersten Mal und weinen dabei. Ja, und wer am meisten weint, gewinnt das Spiel. Das bin ich. Das bin ich. Ich kann mit weinen. Ach so, ich dachte. Kannst du auf Knopfdruck? Nee, aber ich kann mit weinen. Also, wenn du weinst, würde ich auch weinen. Du bist so ein Empathieweiner. Ja. Was passiert? Einhändig rausgreifen. So schnell du kannst, bis die Box leer ist. Ach. Und versuchen, möglichst einzeln. Ohne die Box festzuhalten. Ohne die Box festzuhalten. Nee? Doch. Machen wir. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Scheiße. Das sieht für den Schritt total super aus, ne? Oh, nein, 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 nein. Ah, fuck. Keine Sorge, wir machen das Papier später wieder zu Bäumen. Warum wackelt eigentlich mein ganzer Körper mit, wenn ich das so rausziehe? Bist du Linkshänder? Ja. Wusste ich nicht, siehste? Fertig. Aber fast. Drei noch. Alle, alle. Drei noch. Alle, alle, alle. Puh, das kann man aber nicht mit zehn Kindern machen. Nee. Da brauchst du eine große Woche. Das ist dann, man hat Teenager. Aber man kann hinterher so, ah, Frau Holle, ja. Toll. Kann man, muss man aber nicht. Entschuldigung. Nee. Gut, dann schreib doch mal ein Buch reinsteigern. Ich muss an meine Verwandte denken, die Teenagersöhne hat und einer davon hatte so eine Schublade neben dem Bett. Und als sie eines Tages aufräumte, fand sie sehr viele benutzte Taschentücher darin. Ganz eng gequetscht, wie so eine Art Block. Dies ist keine Jugendfreisendung mehr. So, das nächste Spiel. Man würde sich in dieses Ding ungefähr hier hinbinden und würde es raus twerken, raus shaken. Was hast du getrunken, bevor du dir diesen Quatsch ausgedacht hast? Flim natürlich. Mann, Mann, Mann. Wo jetzt auf dem Po, oder was? Na, so über dem Poppist. Ja, sehr gerne. Und aufpassen, dass natürlich beim Anbringen. Okay. So, und wenn du dich jetzt noch ein bisschen zur Kamera drehst, dann sehen wir alle auch, was du machst. Sehr schön. Okay, du kannst, ja, siehst du? Ist da schon einer, was? Nein, ist alles gut. Perfekt. Auf die Plätze, fertig. Los! Oh, das ist so schummelt. Schüttelst du noch bei dir? Ich kann nicht, ja, aber... Ist alles... Da hat es... Da sind drei noch, drei noch! Alle, alle, alle! Das stimmt ja überhaupt nicht! Alle! Alle, alle! Ich hab gewonnen, ich komm aber nicht mehr hoch. Ich hab vier noch. Weißt du, was das Gute bei uns ist? Egal was passiert, der Gast gewinnt immer. Heutiger Sieger, Paula Lambert! Yeah, danke! Toll! Ui! Huh! So. Puh! Okay. Ich füllte jetzt auch. Gott! Ja, das ist zu verlieren. Das ist mal ein ganz anderes Thema. Wenn du so Sachen kaufst im Supermarkt auf dem Wochenmarkt... Dann mach auch mal, bist du außer Puste jetzt? Nee! Alle wissen ja, ich tanze regelmäßig, Standard-Tanz. Nee, mir ist ein bisschen warm und auch ein bisschen oil. Wenn du in den Supermarkt gehst und Produkte kauftest, achtest du darauf, was da drin sind? Also drehst du die Verpackung um und denkst so, das klingt komisch, das will ich nicht. Oder da ist was drin, was ich nicht kenne, deshalb kaufe ich das nicht? Also, es klingt ja doof, aber ich habe jetzt dieses gewisse Alter erreicht, wo man da durchaus zur Vernunft neigt. Ich zumindest. Ich habe mich viele Jahre in meiner Jugend von Fertigprodukten ernährt. Und obwohl ich Leistungssport gemacht habe und trotzdem leistungsfähig war durch Dosensuppen und Zinklpizza... Das ist aber kein Hinweis darauf, dass es richtig ist. Jedenfalls habe ich gut kochen gelernt und seitdem kaufe ich eigentlich sowieso überhaupt keine Fertigprodukte mehr. Und darum muss ich auch auf nichts achten. Wann kommt dieses Alter mit der Vernunft? Ja, also es kommt so Anfang 30, Mitte 30. Schade. Vielleicht Ende 30. Aber nicht sicher, oder? Nee. Bei mir kam es auch Anfang 30 mit der Vernunft. Gut. Na, sag mal. Ja. Sag mal. Sag mal.